So links lang. Mhm. Kannst du den Speedclay-Ausdruck machen? Haben versucht, hat es so weit nicht schon funktioniert. Hier, das ist es. Ja, haben sie wieder! Bleiben Sie stehen, State Police! Leuchtet Kauser, fährt jetzt Richtung Südien. Und abgebogen Richtung Westen, am Kasa, auf der Nordseite vorbei. Ist ein... sieht aus wie ein Tulip oder ein, ähm, warm aus. Abgebogen Richtung Norden, Morningburg nach oben. State Police, halten Sie das Fahrzeug an! Fährt nach rechts, äh, Richtung Friedhof, äh, Richtung Friedhof, äh, Richtung Golfplatz. Jetzt ungefähr auf der Porto, Leute. State Police, halten Sie das Fahrzeug an! Südseite des Hotels, Richtung Osten, Richtung Eclipse Tower. Vielen Dank für den Rate, ich hoffe, dass du wunderbar bist. Willkommen nicht in deine Zuschauer, ich muss grad hier, grad 10,60. Ja, ich bin mal bei den Hills, verunfallt was. State Police, die verunfallen doch fast, die können nicht mal richtig umgehen mit dem Fahrzeug. Bleiben Sie stehen, das macht doch keinen Sinn! Ich fährt wieder Richtung Osten, rein in die... Stehenbleiben! Hier spricht die State Police, bleiben Sie stehen! folgt der Biegung, fährt jetzt Richtung Osten, Richtung Mitte zurück. Sie sind jetzt auf der vorletzten, äh, zweitnördlichsten Straße. Hier spricht die State Police, Sie haben keine Chance! Folgt der Straße weiterhin, sind am Spielplatz, fährt jetzt Richtung Norden weiter und rein in die Berge. Sie sind gleich in etwa Höhe auf das, äh, Wasserfals. Bieg ab, oh mein Gott, ähm, Richtung Osten, auf diese wellige Straße. Straße. Folgt der Straße Richtung Osten, sind gleich auf der Höhe auf dem Salernweg, fährt aber weiter, ist Höhe in Great Chapel ungefähr im Wald. Ja, da kommt Great Chapel raus. Ja, sind gleich bei Great Chapel. Und ist abgebogen Richtung Norden, an der Chapel auf der Nordseite vorbei, weiter Richtung Osten. Wir folgen der Straße weiter, er folgt weiter. Oh ja, biegt jetzt Richtung Westen ab, fährt im Gegenverkehr, fahren jetzt Richtung Harmony. State Police, haltet ihr Fahrzeug an. Die meisten Verfolgungsjagden enden damit, dass das Fluchtfahrzeug von Falken dabei meistens die Fahrer schwerfassen. Verletzt sind. Wurzeln herziehen. Das war ein Stopp-Shit, er hättest du anhalten müssen. Äh, negativ, wir haben hier Probleme mit den Abschliffhagen. Jo, fährt weiter Richtung, äh, haben wir die vorbei, Richtung Sandy Shorts, jetzt weiter, weiter zu Norden. Ja, fährt nämlich wirklich los, auch über die Sandstraßen. Stehenbleiben. Ist, oh mein Gott. Sie gefährden sich unnüssig. Sie sind gleich bei Sandy Shorts auf der Westseite von, fahren gleich bei Sandy Shorts in die Ecke rein. Ah, kommen Sie, halten Sie an. State Police, stehenbleiben. Sie verletzen nur sich selber. Sind jetzt in Höhe, Einfahrt, Sandy Shorts. Oh, wir fahren sogar rein. Wir sind jetzt für Likostore. Am Motorrad vorbei, biegt ab, richtung See, biegt wieder ab, richtung Ost. Ach, come on, du bringst dich nur selbst um. Biegt ab, richtung Süden, richtung, äh, ja, LTM. Äh, korrektur, Sandy Shorts auf den Weg, ab, wieder Lanke, fährt weiter zur Straße, Saubstraße, wieder abgebogen, nach Westen, sind sie wieder auf der größeren Straße. State Police, halten Sie an, das ergibt gar keinen Sinn, was Sie hier tun. Den Mittelfinger kannst du auch drin lassen. Ja, geht jetzt ab und fertig, dann, ehemaliges Fly Nuts, also ehemaliges Fly Nuts, also ehemaliges Schaust abhielt. Komm aus dem Gegenverkehr mal wieder raus, ist lebensgefährlich. Ach, come on, halt an, ist auch kacke. Sind jetzt ungefähr, äh, jellische Kinder, fährt Richtung State Prison, Leute. Wird wahrscheinlich, ah, ne, biegt nicht ab, fährt weiter, wenn man halt im Gegenverkehr, biegt jetzt ab, auf den Hegel. Richtung Norden. Highway, schlechte Wahl. Ach, komm schon. So, was machen wir jetzt? Jetzt fahr ich neben dich und dann, was geht dann hier weiter? Bin ich mal auf Vollgas. Pick mich einfach mal. Nee, guck mal, jetzt, das ist Vollgas. Guck mal, das ist Vollgas. Wir fahren immer noch Richtung Norden, sind gerade, wenn wir im Mutual sind, fahren ins Wasser. Wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich nicht mehr ganz so viel Tank, das ist ein bisschen das Problem, wir brauchen dringend mal eine 10-10. Wir brauchen gleich eine 10-10, unser Tank wird ein bisschen knapp, aber ich glaube, der Tank auch. Ja, fährt jetzt Richtung, äh, Leuchtturm ab. Ist die erste, ähm... Ist das für einige Rivera, glaube ich. Diese Sache, fick dich. Fährt jetzt wahrscheinlich gleich nicht Richtung Leuchtturm, sondern Richtung Leuchtturm rein. Ach, der Wandel fährt gerade aus. Fährt jetzt wahrscheinlich zur nächsten Abfahrt. Und wieder auf den Heiligen Süden. Einmal in die Stadt. Wir bleiben euch am Arsch, kleben wie ein Warzenpflaster. Bleibt halt, werdet ihr stehen. Du kannst dir noch aussuchen, soll ich links oder rechts vorbei, wenn ich gleich Vollgas gebe? Sind weiterhin Richtung Süden unterwegs. Könnte übrigens so ein Fahrzeug sein, was, äh, zurück in die Zukunft war. Schwer zu sagen. Ach, komm schon, halt an. Ich wette, der Tank ist bald leer. Fahren weiter... Ah, der ist netterweise abgefahren auf der Sandy-Shores-Straße. Fuck. Hast du gesehen, ob er runtergefahren ist? Nein, ich hab's nicht gesehen, leider. Fuck. Ist er sich schon gerade verloren? Wir müssen gucken, ob er runtergefahren ist wieder. Der ist weg. Er hat sich schon verloren. Der wird wahrscheinlich gleich der nächste Tanker anfangen. Das ist weg, also auf den Weg die angefangenen. Yes.